Stefanie Hertel stieß vor kurzem auf ein Video, in dem sie für tot erklärt wurde. Noch immer ist sie einfach wütend, wie die Sängerin nun in einem Interview verriet. Stefanie Hertel spricht über Fake-Video Stefanie Hertel, 44, ist eine der bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands. Sie startete kürzlich ihre große 40 Jahre totale Clips of the Hard-Tour, zusammen mit ihrem Ehemann Lenny Lanner und ihrer Tochter Johanna Maross. Im Gespräch mit der Westen.de erzählte sie nicht nur von der Tour, sondern äußerte sich auch zu einem Vorfall, der sie immer noch beschäftigt. Vor kurzem wurde die Sängerin in einem YouTube-Video fälschlicherweise für tot erklärt. Kurz nachdem Stefanie Hertel das furchtbare Video im Netz gefunden hatte, meldete sich zu Wort. Um klarzustellen, dass nichts an diesen schlimmen Gerüchten dran ist. Doch noch heute macht die Sängerin der Vorfall fassungslos. Ich feind's einfach nur absolut geschmacklos. Einige Menschen in meinem Umfeld haben das gesehen, zunächst geglaubt und waren natürlich geschockt, erklärte sie gegenüber der Westen.de und betone. Zum Glück haben sie nachgefragt. Wir hatten dann auch Gleichkontakt. Und die Erleichterung war groß. Ich kann absolut nicht verstehen, warum sowas überhaupt veröffentlicht wird. Stefanie ist nicht das einzige Opfer. Offenbar ist Stefanie Hertel nicht das einzige Opfer solcher schrecklichen Gerüchte. Vor nicht allzu langer Zeit traf es auch Schlagerkollege Ninjode Angelo. Und auch Thomas Anders wurde fälschlicherweise schon für tot erklärt. Es gibt ja leider viele Meldungen dieser Art. Sensationsheischende und schäbige Schlagzeilen sind der Köder für Klicks und verbreiten sich wie Lauffeuer, berichtete die Schlagersängerin und fügte hinzu. Ich bin ja nicht die Einzige, dem Schicksal zuteil wurde. Davon sind unzählige weitere Künstler betroffen. Es ist unfassbar, was da abgeht und dass man dem keinen Riegel vorschieben kann. Ich bin einfach wütend auf die Leute, die einen solchen Scheiß machen. Die 44-Jährige habe auch schon versucht, juristisch gegen die Verfasser solcher Meldungen vorzugehen, doch dies gestaltet sich gar nicht so einfach. Ich habe schon geprüft, ob ich die Leute verklagen kann, aber man kommt ja gar nicht an die Verursacher heran. Das ist wirklich unglaublich.